Hallo Leute, Eik hier. Ich wollte nur ganz kurz anmerken, dass am nächsten Sonntag, das ist der Sonntag, der 22. Februar, bin ich nicht anwesend. Also die Show Weg zur Hölle wird leider abgesagt, da ich ein Interview vorbereite und dazu Material sammeln von Herrn Alois Imfeld, der ein Buch präsentiert, sein neustes Buch Afrika im Gedicht und daher werde ich da fotografieren und kleine Videoclips erstellen für den späteren Gebrauch im Interview. Also am 22. Februar, dem nächsten Sonntag, ist die Sendung leider abgesagt, schaut aber trotzdem immer wieder vorbei. Tschüss!